Mein Name ist Jessica Steiger. Ich bin 27 Jahre alt, Schwimmerin und wollte mich in diesem Jahr eigentlich für die Olympischen Spiele in Tocque qualifizieren. Ich muss zugeben, dass ich am Anfang überhaupt keinen Bock hatte auf meine Sportart. Meine Mama ist selbst Schwimmerin und wollte mir das Schwimmen beibringen. Sie dachte, so schreck kann das ja nicht sein. Aber ich habe es wirklich zu einer schwierigen Aufgabe gemacht und ja, letztendlich hat mein Papa, eigentlich der Nichtschwimmer, mir das Schwimmen im Urlaub beigebracht und dann bin ich auch in den Verein gegangen und als ich endlich schwimmen konnte, hat es mir auch wirklich Spaß gemacht. Ja, und so hat meine Geschichte eigentlich begonnen. Ich hätte mich in diesem Jahr gerne für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert und gerne mit der Staffel und wäre auch sehr gerne im Einzelgeschwimmen über 200 Meter Brust. Dafür hätte ich einen neuen deutschen Rekord spielen müssen, aber dieses Ziel hatte ich feste Blick. Ja, aber durch Corona hat sich leider alles ein bisschen geändert. Ja, mittlerweile kann ich mein Training ganz normal fortführen, natürlich unter Beachtung der Hygieneregeln und ich hoffe, dass in diesem Jahr noch Wettkämpfe stattfinden können, damit man sich auch mal wieder testen kann. Da ich seit März keinen einzigen Wettkampf geschoben bin und es fehlt mir schon, dass man sich außerhalb des Trainings testet, wie die Form ist und ob man auch immer noch auf einem guten Weg ist, weil ja jetzt ein Jahr mehr dran gehängt wird als ursprünglich geplant für einen Vierjahreszyklus für die Olympischen Spiele. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es bleibt spannend, wann die nächsten Wettkämpfe stattfinden werden und was so die nächsten Zwischenziele bis zur Qualifikation für die Olympischen Spiele sein werden. Ich motiviere mich eigentlich immer gerne mit Videos von vergangenen Europa- und Weltmeisterschaften, bei denen ich dabei sein durfte, um mir dieses Gefühl wieder zu holen, diese Stimmung dort vor Ort und dass ich das einfach in einem größeren Rahmen wie den Olympischen Spielen nochmal erleben möchte. Und ich muss zugeben, ich habe die Olympischen Ringe auf meinem Handy als Hintergrundbild, damit ich weiß, wofür ich mich jeden Tag quäle. Und mein Motivationsspruch ist eigentlich, sag niemals nie. Ich hätte vor ein paar Jahren mir niemals erträumt, dass ich einen deutschen Rekord schwimmen würde, habe es dann aber doch geschafft und ja, deshalb ist das so ein bisschen zu meinem Motto geworden. Bis zum nächsten Mal.